Aufleben, eine bestehende Beziehung oder das Erwachen spirituellen Begabungen und Einsichten handeln. Konzentrieren Sie sich auf sich, auf Ihren Traum. Sie sind ein Geschenk. Sie sind es wert, geliebt zu werden. Und deine Bemühungen, Beschäftigung, aber hier arbeitet diese Frau, ich deute auch bildlich, ja, du hast dich, deine Belohnung wird kommen in der Liebe. Monat, Januar 2020, Botschaften. Letzte, was hast du hier? Achtes Sommers, Känguru, es ist Zeit aufzubrechen. Vielleicht lassen Sie eine Situation hinter sich, die Ihnen nicht gut getan hat oder vielleicht werden Sie auch von etwas angezogen, das Sie glücklich macht. So oder so, Sie haben die Kontrolle darüber, ja. Reise, ja, siehst du, Zeit aufzubrechen, ja, Potenzial erkennen hinter der Situation. Ich bin bei mir, siehst du, bei dir sein. Veränderung kommt auf dich zu. Veränderung, Neubeginn, ja, aber du musst dich bewegen, okay. Du musst dich bewegen. Es ist Zeit aufzubrechen. Vielleicht lassen Sie eine Situation hinter sich und einen neuen Anfang machen, die Ihnen noch nicht gut getan hat. Oder vielleicht werden Sie auch von etwas angezogen, das Sie glücklich macht. So oder so, Sie haben die Kontrolle darüber. Für dieses neues Kapitel dein Leben. Ja? Und ich ziehe noch eine Karte hier. Ich ziehe noch eine Karte hier. King of Cops. Vertrauensvoll. Dich selbst vertrauen. Etwas zutrauen. Erfahrung. Du hast die Reife. Ja? Siehst du, romantisch, hilfsbereit, offen für das Neue. Fürsörtlich, liebevoll. Ja? Oder dein Gegenüber, der auf dich zukommt. Wow, wunderschön, Leute. Sehr schön, ja? Genau, das war Januar 2020, ja? Bis zum nächsten Video. Eure Kometernus. Bye. Mua. Und dann, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.